Besondere Ehre für Lenny Kravitz Der Sänger tritt bei der 95. Ausgabe der Oscar-Verleihung am 12. März auf. Das hat die Academy unter anderem auf Instagram verkündet. Der Grammy-Preisträger wird demnach das alljährliche In-Memorium-Video mit seinem Gesang untermalen. Mit dem Clip ehrt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences jedes Jahr eine Vielzahl von verstorbenen Stars aus der Filmbranche. Nicht nur Kravitz wird seine gefühlvolle Stimme bei der diesjährigen Oscar-Verleihung zum Besten geben. Auch Sängerin Rihanna wird ihren nominierten Song Lift Me Up performen. Die Oscar-Verleihung findet am 12. März statt. Aufgrund der Zeitverschiebung ist sie in Deutschland in der Nacht auf den 13. März, ab etwa 2 Uhr morgens, zu sehen.